willkommen beim roger willkommen bei den airstreet studios schön dass ihr die zeit gefunden habt wieder einzuschalten wie ihr wisst bei mir geht es ja um gitarren gitarren verstärker mikrofone ich brauche das gar nicht alles mehr auf zehn mischpulte und audi interfaces und 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 aber wie gesagt für die neuen die sich ja auch immer wieder mit zuschalten ist es glaube ich ziemlich interessant das zu wissen also ich sage immer ganz gerne eine bunte palette ein bunter blumenstrauß an sachen die wir tatsächlich hier auf den airstreet studios besprechen heute das ist so ein bisschen fast schon eine sondersendung und zwar habe ich uns da ein bisschen was vorbereitet über vier punkte über die wir mal plaudern müssen und dazu schalte ich mal gerade um ok worum geht es ganz genau ich hatte vor einiger zeit im november wir haben ja noch nur immer ist der 29 habe ich mal eine umfrage gestartet gehabt und zwar mehr oder weniger zu dem thema wollen wir vielleicht alles was so ein bisschen getan dass ich ist auf einen extra kanal packen wollen wir so lassen wie es ist oder oder die auswertung dazu werde ich euch gleich zeigen nächste news kommen wir auch noch darauf zu sprechen ist die erste gitarren die sind online also ein kanal ein neuer kanal von mir auch nicht ohne grund auch darüber werden wir noch mal reden so und dann wirklich zwei ganz tolle sachen wir haben zum einen oder ich habe es geplant für den dezember den boss kick caster der ist schon da das ist meiner der hat riesengroße vorteile was jetzt die musikalität betrifft wenn man singer songwriter ist oder halt eben sehr viel mit musik macht gitarren bass und keys und solche sachen und gerade auch im online unterricht oder sowas ganz tolle kiste hier will ich aber noch nicht allzu viel verraten dann weiterhin geplant für den dezember dann ist das maggie dlz das ist auch was für podcaster für content creator und 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 eine ganz tolle kiste und wer weiß wo maggie eigentlich so seine wurzeln hat der weiß auch die kommen aus dem klassischen mischpult geschäft schon seit vielen vielen jahren sind sehr sehr robust in ihrer bauweise und irgendwie super verlässlich und zuverlässig das ist also hier mal auch die ankündigung dass da etwas für die zimmer 20 23 noch geplant ist im detail sieht es dann so aus ihr könnt es hier nachlesen das war mein meine frage um einen beitrag aus vom 18 11 ich brauche mal dringend euren rat wollt ihr zukünftig alles zum thema studie und gitarren in separaten kanälen sehen also er spricht studios für audio technik studie technik und so weiter und die erste gitarren gitarren verstärker und so weiter so und das habe ich jetzt die mal ausgewertet wir sind bei 47 prozent dafür ja coole idee so kann jeder besser seine interessen nachgehen oder wir haben auch ein paar enthaltungen dabei kann mich nicht entscheiden andere sagen nein so lassen wie es ist gerade die vielseitigkeit macht das ganze ja interessant so und da habe ich mir natürlich ganz ganz viele gedanken gemacht zu diesem thema und ich glaube ich habe einen super tollen kompromiss gefunden wie wir das ganze so angehen können und das wäre dann wie folgt dass ich sage ich baue einen zweiten kanal für gitarren auf der ist auch schon online gegangen da kommen aber gleich dazu aber der kompromiss ist wirklich derjenige dieser kanal wäre dann tatsächlich für den anfänger für den einsteiger der gitarre oder meinetwegen auch wieder einsteiger der würde hier den vorteil haben und genießen dass er quasi von anfang an dabei ist und da habe ich eine ganz große bitte an euch wenn ihr menschen in eurem umfeld habt die vielleicht mit der gitarre dann anfangen wollen ist ja weihnachtszeit manche haben ja solche ideen empfehlt den kanal ich werde euch gleich noch mal zeigen erste video ist schon drauf das ist tatsächlich der ist einstiegs video und ich glaube wenn man hier quasi von anfang an dann dabei ist dann kann man auch dieses wissen um die gitarre stück für stück aufbauen also wenn ihr so gut seit mir ein bisschen behilflich seit empfiehlt gleich den gitarren den kanal es krieg geht das hier ist er das ist wie gesagt auch das erste video was ich gedreht habe und das ist auch glaube ich der beste kompromiss den wir gehen können also hier wäre natürlich wirklich die tolle sache für anfänger einsteiger wieder einsteiger und sagen wir mal die etwas größen geräte die studio charakter haben die werden wir weiterhin bei den es spielt studios behandeln dass wir so meine idee und mein vorschlag dazu wie gesagt der kanal ist gerade online gegangen ja und last but not least wie schon angekündigt wir planen für dezember 20 23 einmal die vorstellung des boss gig caster 8 wie ich finde tolles gerät und auch das mecky dlz ebenso ein tolles tolles gerät dazu werde ich natürlich dann entsprechend berichten werde euch auf stand halten werde die videos dazu drehen und wie gesagt eine große bitte noch schreibt mir in die kommentare empfiehlt diesen kanal weiter und bitte please mit den ash creek guitars nach den link werde ich euch auch hier noch mal unten drunter setzen in der video beschreibung und ich werde auch den ersten teil jetzt hier gleich noch mal oben einblenden das war mal die geschichte von meiner seite und bin wirklich gespannt was ihr davon haltet ob die entscheidung für uns alle tragbar ist ich denke ja ich glaube dass das eine ganz ganz tolle entscheidung ist mit der wir alle gut leben können wie gesagt alles was studio charakter hat auch wenn es gitarre ist studio charakter hat bleibt beim es spielt studios auch das ein oder andere gitarren modell während die anderen dinge die tatsächlich relevant sind für getan einsteiger anfänglich wiederholst nochmal oder wieder einsteiger all das sortieren wir aus und bringen das quasi im neuen kanal dann gemeinsam zum glänzen und genau dafür brauche ich eure hilfe ansonsten bleibt mir schön gesund habt spaß an dem was ihr tut bis dahin und bis ganz bald der roter von den ash creek studios und von den ash creek gitas und war schon ein bisschen stolz darauf auch bis dahin ciao ade